Und wir machen jetzt einfach mal so einen kleinen Instagram-Check, weil das guck ich auch, ich guck mir diesen ganzen Dreck an. Welcome to Oli P. Oh, Viktoria Swarovski ist gerade... Boah, hier, da ist sie gerade. Roses are red, violets are blue, if you wear... Halt die Fresse einfach, ne? Oh, ganz natürlich spachtel ich mir die Fresse zu. Kinder im Auto. Oh, da kommt ein Baum. Hashtag Airbag, Hashtag Fun. Oh, Last Ring, vor 21 Stunden natürlich. Das wäre eine schöne Story für Jan-Ulrich, da klickst du dich nur durch. Na, einer geht noch. Noch ein letzter. Komm, der letzte geht auf mich. Ich meine, du wohnst hier. Du wohnst hier. Du wohnst hier. Siehst sie dann hier. Der nächste. Oh, Schatz, sie hat einen epileptischen Anfall vorne auf dem Balkon. Oh, sie fährt auf dem Roller. Mein Gott. Ach, wäre es geil, wenn sie gegen das Glaternenschild geknallt wäre. Boom. She's ready for getting married. Wetten, sie hat den Brunnen nicht getroffen? Die ist so hohl, die Alte. Oh, das gönne ich ihr so. Was sie schon geleistet hat im Leben. Die musste erben, musste die. Da muss sie das Geld ausgeben und so. Die ist 13 Jahre auf so ein verficktes Internat gegangen, damit sie dann in Rom auf dem Balkon steht. Oliver Pocher on Tour. Alle Tourdaten auf oliverpocher.de Ach, das war die falsche Story, das ist sie gar nicht. Sorry, sie ist trotzdem. Das behalten wir mal für uns. Was? Hahahaha